Malvin, jetzt kannst du nicht mehr von deinen Fetischen reden. Ich dachte, wir reden gerade schon da hin. Malvin, hör auf zur Scheiße zu spielen. Mein Fetisch ist und bleibt. Also Malvin, mein Fetisch ist und bleibt. Du hast ja einen Flügel- oder Schenkelfetisch. Das ist kein Fetisch. Ne, stimmt, du hast einen Fußfetisch, du schnüffelst an Füßen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Schnell weg, schnell weg. Der will an meinen Füßen riechen. Schnell weg. Wer will bitte schnell an deinen Füßen riechen? Da fällt doch jeder tot um. Ey, ich war duschen. Sarah hat ein Foto von mir bekommen. Das kann sie gar nicht, es hat kein Internet. Ne, ne, ich war vormittags duschen und sie hat wirklich ein Foto von mir gekriegt, Malvin, aber ich war angezogen. Keine Sorge. M-hm. Ne, ich... M-hm. Ich schick doch keine... Ich schick doch keine... Ich schick doch keine so ne Bilder von mir weg. Wer bin ich denn? Ja, verstört. Ach ne, sorry, sie hat Internet. Tut mir leid. Leute, geht ihr wieder ins Lurpee? Bestimmt. Oh, Sarah 2.0 hat geschrieben. Ja. Ah, ich kann dir jetzt nicht antworten, Kleine. Ich bin grad hier und so beschäftigt. Ja. Sarah, wenn du diese Folge siehst, Malvin riecht gern an Füßen. Und Sarah, guck dich die Fortnite-Videos an. Scheiße, gelaufen. Tja, Malvin. Dann kommt die Folge raus. Diese in... Ah, heute ist der 6. Am 29. kommt die raus. Oh oh. Scheiße. Tja, Malvin. Da ist Malvin noch bei Sarah. Aber warte mal, du hast ja auch schon an Nova ihren Füßen gerochen. Was? Hast du mir ja gesagt. Weiß nicht. Okay, Malvin. Interessant. Da hast du uns alle belogen. Aha. Jo. Wieso wird die Sicht noch mal schon, wo das Licht steht? Was? Und wenn, dann lüge ich auch nur dich an, Benni. Scheiße. Ja. Aber ich lüge dich auch jeden Tag an, also. Also Sarah, wenn du diese Folge siehst, Malvin hat an Novas Füßen gerochen. Mach ihn kaputt dafür. Mhm. Sarah holt Malvin morgen ab. Malvin tot. Die würden erst gar nie abholen. Stimmt, das könnte auch passieren. Sag mal, warum werde ich eigentlich für diese Folgen bezahlt? Du wirst gar nicht bezahlt. Das ist ja das Gute. Ich hätte bezahlt. Also Malvin. Nein. Aber nicht von mir. Von wem wirst du denn bezahlt? Von Benni. Deswegen hole ich morgen das Geld von ihm ab. Ja, das kannst du machen. Also. Benni hat mir versprochen. Du hast mir versprochen, dass du mir ganz klar Geld gibst, damit ich extra für die Fortnite Folgen kommen. Eigentlich hätte ich jetzt fassen. Aber. Ich will doch nicht, dass du mit dir die Fortnite Folgen kommst. Ne doch. Hast du extra geschrieben, weil du mich so sehr vermisst. Ich hasse dich. Ja, klar. Wer sollte das? Du kriegst 3 Cent von mir, okay? Machen wir. 3 Cent? Ja. Und wehe, wenn nicht. Du bekommst morgen 3 Cent von mir. Malvin. Malvin. Das lohnt die Anreise doch nicht mal. Ja, das ist mir scheißegal. Die Anreise bezahlt eh nicht, ja. Genau. Papa fährt. Aber auch nicht seiner. Ich denke. Aber er wird doch abgeholt. Er wird abgeholt. Er wird abgeholt. Er wird abgeholt. Das heißt, er wird erstmal abgeholt von dort, wo man ankommt. Mann. Oh, Malvin. Das heißt, ich muss heute noch mal mit dem. Saras Vater reden. Wieso? Doch, dass er dich zu mir bringt. Warum will ich denn zu dir? Was will ich denn da? Du willst das nicht. Ja, ich will das nicht. Der will das schon. Damit ich dich zurecht stutzen kann. Okay. Du weißt ganz genau warum, Jung. Nee, nee, lass mal. Deswegen. Genau deswegen. Oh, Geschenk. Danke. Aber ich bedanke mich Benni. Äh, Eike. Ich hab mich dran gefüllt. Bitte, bitte. Ich bin Level 253. Gerade mal 111. Loser. Drei Arre halt. Aber witzigerweise Benni, ich spiel nicht gerade mehr als du. Ich glaub, du hast gestern mehr gespielt. Ich hab gestern gar nicht gespielt. Du spielst mir am meisten. Nein. Das ist ein Gerücht. Das ist nicht nur ein Gerücht. Leute, ihr enttäuscht mich. Wo sind die Lichtschwerte? Ich hab schon einen. Dann mal Kiste. Okay, ich hab ne Kiste. Ähm. Kultur. Was? Er schreibt mir einfach Kultur. Weil er doof ist. Okay. Oder er hat, er hat, nee, er hat von Caro wieder keinen Sex bekommen. Das ist es. Die kommt der, er darf ja jetzt die Feiertage nicht zu ihm, er nicht zu ihr. Warum? Ach, das heißt ja Sex. Das heißt. Deswegen telefonieren die auch jeden Abend so innig miteinander. Alles klar. Oh Gott. Hätten wir auch geklärt. Also ich hab grünes Sniper, blaue Pump und goldenes taktisches Sturmgewehr. Finde ich super. Hat jemand eine Sniper dir hergehen will? Äh, irgendwo in irgendeinem Haus hab ich ihnen liegen lassen. Irgendwo in irgendeinem Haus liegt eine Sniper versteckt. Irgendwer ballert hier schon wieder die Nachbarschaft zusammen. Lass mal in die Zone, da hinten. Ja. Können wir vielleicht noch looten. Ich hab zwei Waffen. Plus Lichtwert. Mehr brauchst du auch nicht. Du hast wahrscheinlich eine Flinte und ein Gewehr. nach dem Sturmgewehr. Oder so. Ja. Ach, Ike. Ich dachte gerade. Danke fürs Mitnehmen, Ike. Bitte, bitte. Geschieht dir recht. Ich bin trotzdem vor. Die haben ein Haus. Ich bin trotzdem vor. Die haben ein Haus. Ach. Was ist das? Komm, sie. Dich jetzt abholen. Melvin, hier ist ein ähm... Ding drin. Ich hab jetzt ein Video bekommen, Leute. Ok Wohin soll ich mich stellen? Ich hab ein Video bekommen Ich hab ein Video bekommen Korrekt Stell ich mich jetzt einfach mal kurz hier hin Diese Schmuddel-Videos Äh, falls jemand mitnehmen kann Ja, ich hab kleine, ich kanns nicht Mal im Gymnasium, schau mir das Video an Melvin Das sind wieder die Porno-Videos Wir Raketenwerfer für dich Oh, Raketenwerfer Ich habe von Sarah ein Video bekommen Äh, Sasha Porno-Videos Aua That hurts Raketenwerfer? Ne, nicht. Dankend an Und da wir in der Zone sind, haben wir genug Zeit zum Aufrüsten Ok, 250 von allen Melvin steht Äh, Benni steht afk rum Kann man auch gerne machen Kann man auch gerne machen Kann man nicht mit der Granate aus der Zone vielleicht kicken So Ich hab keine Ich hab leider keine Nur normale Granate Schade Malvin Das machst du sehr gut Dass jeder die Bank zieht, wenn ihr da steht und aufrüstet Haha Ja Haha Deswegen bin ich doch in Ordnung Schade Hat nicht gebracht Ach meine Güte Aber ich will das noch schnell aufrüsten Ach meine Güte Aber ich will das noch schnell aufrüsten Ne, wir hier Ja, wir haben doch hier die Seilwände Ja Die auch So, ich Ok, ich röste zum schnell auf Dann Ja, wir müssen eh auf Benni warten Oder lassen wir ihn zurück Ich lass den dort Hahaha Meryl, hast du den Raketenwerfer eingesteckt? Jep Wohin? Es war wieder da Ja, Benni ist da Wir wollten nicht schon zurücklassen Ich weiß, ich hab's gehört Die Arschlecher Ey Ungeschehen Sei doch dankbar Ich hab immer nur noch zwei Waffen Also Ich bin das schlechteste aus dem ganzen Team Jo Ich könnte aber aufrüsten Aber hier auf dem Haus, wo ich bin, ist eine blaue MP Drinnen Wo bist du denn? Ich bin die Seilwinde hoch Oh Ah, ich rüste das mal auf hier Fuck, ich brauche noch 250 Holz Ja, viel Spaß Das haben sie da schon alles weggemacht Ich weiß Dann rüste ich immerhin nur die auf blau auf Ne, Eike Was denn? Ich will nur den Leuten zeigen Ich hab meine aufgerüstet zu blau Oh, okay Ich hab nur eine grüne normale Ich hab gar keine Sniper Ja, wie immer Ich hab nur Sniper Einzig, womit ich umgehen kann, hab ich nicht Ich will doch nur den Leuten zeigen, wo wir sind Indem ich die Bäume abbaue Ey Gut gemacht Kannst doch wohl mit anderen Waffen nur umgehen Ja, aber mit Sniper kann ich besser umgehen Hier ist noch ein Biggie Ich bin voll Bis oben hin Ich meine auch zum Mitnehmen Ich bin voll Bis oben hin Da ist noch ein Biggie im Haus, wo Eike gerade ist Ne, ich hab auch drei Biggies Und keine Sniper Kann jemand die scheiß Biggies mitnehmen? Ne, ich hab drei Stück Das fängt an zu schnallen Unnötig 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 Das ist mein Spruch Ne, dann hast du heute zum ersten Mal gesagt Ne, das ist halt Das ist richtig Das hab ich schon zweimal gesagt Geht doch nicht Oh, was schießt du? Loot Drop Oh, stimmt, da ist ein Loot Drop Was, wenn ich mich jetzt Ich würde mich nicht unterstellen Ich weiß, ich hab's gesehen Ja, Benni, da hast du meine goldene Oh, oder Irgendein anders hat sie Ja, du hättest eine goldene Sniper haben können Ernsthaft? Ja, du warst nicht schnell genug Du hast die nicht aufgesammelt beim Drop Aber du hast ja jetzt eine blaue Nee, ich hab gar keinen Sniper Hä, wer hat die blaue dann aufgesammelt? Äh Keine Ahnung Ich nicht Die blaue ist da unten Die blaue ist da noch da Ja, in der Zone, wow Na und, das schaffst du doch, meine Güter Kannst du dir schon hier Guck, du musstest nicht mal in die Zone rein, also Neville Morgen Sportplatz Okay Was ist für euch der Sportplatz? Keine Ahnung Geil Nein, ich bin über von meinem Haus Den Penisplatz, den mein ich Achso, achso Dein Penisplatz Ich find's eigentlich recht geil mit Schneestohnen Das stimmt Weil so kann man auch die Leute weniger Diese Wetterbedingungen find ich halt irgendwie cool Naja, da musst du auch mal sein Wie geht's achten? Ist halt abwechslungsreich Mhm Find ich Herr Reich Ist abwechslungsreich Raus Benni raus Spring Danke Ich weiß, da war ja eh nix dolles Doch, du machst die Brücke kaputt War ernsthaft? Echt jetzt Benni? Ich hab kaum noch ein Leben Ähm Hat jemand ein Medi dabei? Ja, Leute, echt jetzt Ich hasse euch dafür Ich werd beschossen von irgendwo Das war Benni Nein, ich hab ihn nicht geflogen Benni, das hat Ne, ich mein, das Er hat dich runtergebeschossen Ich wusste, dass das passiert Guck mal, wenn ich auf diesem einem Schild bin Benni Guck, Benni Guckt mal auf die Insel rüber Ja, das sind ein Haufen Gegner Ja, äh Ganz ehrlich Zehn Stück sind dort Benni, bist du grad wirklich Alles armstes Melville, könntest du mich hier teilen, bitte? Ich hab keine Eilkanone Nicht ein Ben Lass Benni da Ja, lass ihn da Der hat doch eh nichts anderes verdient Haha, ist so Dreck weggeschmissen Hat jeden, hat jedenfalls irgendwer einen Bigi oder ein Medi oder irgendwas? Medi hab ich überhaupt nicht Eingenotzt Von wo? Achtung, hinter uns rum Ich muss ihn heilen Scheiße Melvin, lass ihn Wieso? Scheiße Weil es Benni ist Und weil er nur Scheiße baut Oben, der dürfte kein Schild mehr haben Ja, der ist low Darko, dann erwarte ich nächste Runde ein Epischen von dir Vielleicht hätten wir einen gehabt, wenn du keine Scheiße bauen würdest Und vielleicht einfach nur normal spielen könntest Achtung über uns Lichtschwert DARKO 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 Was glaubst du, warum ich mich so aufgeregt habe?